Okay, choose your start country. Ich nehme Ägypten, hoffentlich er nicht auch. Okay, hat noch keins gewählt. Perfekt, und es geht los. Alles klar, ab geht's. Das Spiel pausiert jetzt natürlich niemals. Das ist so eine Sache, ja. Also erstmal husten und niesen. Alright, zack. Dann natürlich die Übertragungswege definieren. Und zwar Tröpfchen. Gut, schauen wir mal. Oh, oh, oh. Haben sie aber schon ein bisschen besorgt, ja. Wasser auf jeden Fall. Und dann auch noch Luft, wenn geht. Was kostet es? 17. Wow, das ist ja schon mal heftig. Heftig as shit. Ja, das dauert noch einen Moment, aber momentan bin ich am Führen. Das ist gut. Hervorragend. Soweit. Erstmal. Komm schon, ich brauch 17 Punkte. Man kann es auch nicht beschleunigen oder pausieren, glaube ich. Jetzt können wir. Luft 1, jawohl. Ähm, Symptome müssten wir natürlich erweitern. Und zwar Übelkeit. Da hast du es. Zack. So, dann die Hoffnung natürlich. Äh, wir vielleicht noch ein bisschen Kälte-Resi schon mal anbringen. Genau. Wie immer. Meine Nachbarn machen mich wahnsinnig. Habe es schon mal erwähnt. Jawohl. Nächstes Land befalle. So, Hitze kostet uns 13. Das kostet 15. Dann machen wir erstmal Kälte 2, weil wir in einem heißen Land starten, natürlich. Ja. Komm. Komm, 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 komm. Ah, 15. There you go. Kälte 2. Alright. Soweit, so gut. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Punkte ansparen. Aber Nero Q scheint nicht so geil abzugehen. So wie ich das sehe. Nicht direkt. Ja, ich bin auf jeden Fall schneller unterwegs. Deutlich schneller. Aber wir müssen noch ein paar Symptome hinzufügen. So geht das ja nicht. Ausschlag. Was haben wir hier? Erbrechen und schwitzen auf jeden Fall. Erbrechen dann auch noch. Oh, hallo. So. So, dann können wir nämlich direkt nochmal die heißen... Ah, noch nicht. Noch nicht hinterher setzen. Jetzt aber. Heiß 1. Und Arzneimittel Resi. Kommt dann auch schon mal als nächstes. Infect everyone in the world to win. Ich muss noch nicht mal töten. Ich muss nur jeden infekten. Das ist natürlich in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Was kostet das hier? What the fuck? Genetic Exposure. 13 Punkte. Okay. Gut. Dann Arzneimittel Resistenz. Machen wir gleich. Und dann gehen wir vorne auf die ganzen Sachen. So, Arzneimittel Resistenz. Und dann gehen wir nämlich jetzt hier auf... Luft 2, 26 und Wasser 2, 17. Hoi. Okay, das bleibt gleich. Jawohl. Was auch immer das ist. Es gibt hier auch andere Fähigkeiten zum Teil. Was jetzt gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Ups. Jawohl. Weg, 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 weg. Okay. Da. Yay. 17. Das heißt auf jeden Fall Wasser 2. There you go. Oh, shit. Er holt ein, ne? Oh ja. Er holt ein. Das ist natürlich uncool. Aber es ist doch eine interessante Lösung momentan. Gut. Ich glaube, ich kann wieder aufholen. Wenn ich mich bemühe. Ah. Da und da. So, Symptome. Was ist das hier? Kalte Gebiete. Jawohl. Nehmen wir mit. Ja. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen besser werden. Alter, wie hat der das denn jetzt hinbekommen? Okay. Ich muss mich mit dem Multiplayer noch ein bisschen beschäftigen. Offensichtlich. Das ist natürlich hart. Aber gerecht. Ähm. Übertragung. Luft. 27 Punkte. Okay. Dauert noch einen Moment. Come on. 27 Punkte. There you go. Oh, shit. Die anderen muss ich ausgehen. Ich sehe schon. Hallo. Okay. Jetzt hol ich wieder ein. Bisschen wenigstens. Das kostet mir Spaß. Was ist das hier? Wollknäuel. Dust. Aha. Okay. Kostet 15 und 13. Alles klar. Äh. Das. 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 Und das kostet 30. Okay. Kriegen wir einen. Denke ich doch. Aber er führt doch ganz schön. Muss man sagen. Obwohl sich die Krankheit gut ausbreitet. Von uns. Geht er schon gut ab. Das muss man ihm gerade mal lassen. So. Und das hat mal Bioaerosol. So. Dann müssen wir jetzt einfach nur noch infektiöser werden. Deutlich. Nichts. Hoffentlich klappt's. Wäre natürlich nicht verkehrt. Irgendwann muss ich auch mal gewinnen. Mal. Come on. Jo. Jo. So. Wie können wir die Infektiosität erhöhen? Da nicht. Wenig. Äh. Nekrose. Yay. Ähm. Und. Das war's dann schon wieder. Erstmal. Okay. Jetzt holen wir nämlich wieder ein. Über die Nekrose. Eindeutig. So. Das erhöht natürlich deutlich. Äh. Das wahrscheinlich auch. Jawohl. Wupp. Boah. Alter. Okay. Das geht ab. Ja. Ja. Ich hab's Begriffe. Ich bin dabei. So. 35. Können wir dann hier noch die nehmen? Dann sind wir schon mal gut infektiös. Und. Das sieht hervorragend aus. Einen wunderschönen guten Abend. Leute. Was geht ab? Äh. Blake Multiplayer for the win. Oh mein Gott. Hab ich viele Punkte. Da müssen wir doch direkt mal weiter gehen. Hier und da. Yay. Yay. Oh Gott. Jetzt mach ich ein Blatt. Ich hoff's zumindest mal. Es geht in eine gute Richtung. Sag ich mal. So. Und was haben wir hier? 47 Punkte kostet das. Könnte ich natürlich noch drauf gehen. Müssen wir mal gucken. Ich hab natürlich noch nicht alles infiziert. Das ist die Sache. Und hier läuft auch schon die Heilung. Sehe ich gerade. Jetzt schon. Jetzt schon. Okay. Aber ich hab ihn überholt. Yep. Yep. Boah. 109 Punkte. Awesome. So. Mehr Infektionen please. There you go. Jetzt haben wir natürlich immer noch nicht alle Länder. Das ist ein bisschen problematisch. Aber es kann nur besser werden. Ich geh jetzt mal gar nicht auf die Q ein. So. Erstmal. Okay. Vielleicht dann jetzt doch so langsam, aber sicher. Ja. Äh. Arzneimittelresistenz 2. Jetzt geht's ab. Jetzt haben sie eigentlich keine Möglichkeit mehr, sich großartig zu schützen. Was wir natürlich jetzt noch brauchen, was ich sehe, ist auf jeden Fall Alaska. Natürlich. Was sonst? Oh shit. Was kostet der Spaß hier? Okay. Unscheduled flight. There you go. Dahin. Komm. Gib ihm. Dahin. Ne. Von hier nach da. Und von hier nach da. Und dann hätten wir das nämlich auch. Jetzt haben wir alle infiziert. Jawohl. Alle infiziert. Ähm. 78% der Krankheit sind bereits erforscht. Das müssen wir natürlich mit Genumbildung ein bisschen verhindern. Wenn möglich. Ja. Das sieht besser aus. Was kostet Genumbildung? 82 kostet 26 Punkte. Aber ich denke, das reicht, um ihn zu besiegen. Trotzdem. Obwohl. Jetzt geht's dann am schnell. Ganz schön schnell. Okay. Dann müssen wir mal... Easier to cure. Nope. No way. I don't want to get easier to cure. I cured. So. Und Sieg. Yes. You have affected everyone. So sieht's aus. Alles klar. Äh. Exit to score screen. Das ist ein bisschen verletz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020